Kannst du mal bitte das Video ausschalten? Das nervt mich ultra. Hey Flo. Hey Colin. Ich hab ne neue Videoidee. Wie wär's denn, wenn wir mal so ein bisschen erklären würden, was oben in dem Kopf überhaupt passiert von der Shisha. Ja, wie der ganze Dunst reinkommt und so. Weil man mal so dran zieht, ne? Da kommt ja keine heiße Luft drin an. Au. Mhh, der schmeckt einfach gut. Das wär doch ne gute Videoidee, meinst du nicht auch? Ja. Aber ich glaub, da haben wir das falsche Outfit für an. Ja, wir sollten uns umziehen. Genau. So, jetzt haben wir doch das richtige Outfit, oder? Oh ja. Ist das warm. Das wird ziemlich ein bisschen chemisch, ne? So. Also. Fangen wir erstmal an. In einem ganz normalen Shisha-Kopf, den ihr mit standardmäßigen Tabak... Oh. So. So. Hier. Tabak. Kommen Sie mal ein bisschen ran. Die Regie. Die Regie. Auch, gell? So. Der Tabak ist versetzt mit Molasse. Der Tabak ist praktisch nur der Träger für die Molasse, damit ordentlich auch Molasse aufgenommen werden kann, damit man das ordentlich reinpacken kann in den Kopf. Weil wenn ihr da nur die Molasse reinkippen würdet, würde das ja alles gleich runterlaufen. Alles gleich runterlaufen und das wäre nicht so toll. Die Molasse besteht aus Glycerin und Isopropanol hauptsächlich und dem werden dann Aromen zugesetzt. Zum Beispiel in dem Fall von unserem Nameless, dem Black Nana, ist es Traube. Eine süße, schwarze Traube. Nur Aromen, die hinzugesetzt wurden. Und zum Beispiel noch ein bisschen Minze. Ist aber gerade in Deutschland relativ schwer jetzt noch Minztabak zu bekommen. Aufgrund von TBD-Gesetz, welches Mitte, Anfang letzten Jahres, also 2020, in Deutschland gemacht wurde. Dadurch ist es schwierig jetzt reine Minztabak zu bekommen. Natürlich, es gibt jetzt mittlerweile schon Satzprodukte, wie zum Beispiel der Eisbooster von Holster. Der ist jetzt trotzdem noch extrem minzig. Wir haben da jetzt irgendwelche Umwege gefunden, um jetzt den Tabak minzig zu bekommen. Und natürlich hast du den normalen Tabak auch eine leichte Minzenmode. Aber dieses reine Menthol und Minze gibt es jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in Deutschland. Und was auch eigentlich bei der Shisha komplett falsch ist, wenn ihr sagt, ich rauche Shisha. Weil, was da rauskommt, wenn wir ziehen, ist gar kein Rauch, sondern das ist nämlich Dampf. Das ist nämlich die Molasse, die verdampft, um genauer zu sein, verschwefelt wird. Das ist Glycerin zu Glycerol. Und das ist dann das, was ihr durchzieht. Also an sich ist Shisha schon schädlich. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber ihr habt zum Beispiel nicht diese ganzen Teerstoffe bei dem Tabak. Weil der Tabak ist nur der Geschmacksträger. Der Tabak wird in dem Sinne nicht verbrannt. Wenn ihr den Kopf richtig baut. Und das ist das Nächste. Ihr müsst für mich aufpassen beim Kopfbau, dass die Kohlen nicht zu heiß werden. Wenn ihr merkt, bei der Shisha es kratzt und ein deutlicher Tabakgeschmack entsteht, ist der Kopf nämlich zu heiß. Und dann kann es natürlich passieren, dass ihr zusätzlich zu den, sag ich mal, krebserregenden Stoffen, die wir jetzt, sag ich mal, verdampfen, was ich, wie gesagt, nicht leugnen kann, dass ihr dann zusätzlich noch die ganzen schädlichen Stoffe vom Tabak habt. Genau, wie Teer und sowas. Deswegen passt da einfach ein bisschen auf. Ja, weil es heißt auch ziemlich oft, ja, ein Shisha hat zwar das Rauchvolumen von 100 Zigaretten, aber eine Zigarette verbrennt, so wie schon der Kollegin gesagt hat, komplett den Tabak, während du bei einer Shisha halt nur die Molasse verdammst. Nochmal was kurz zum Tabak an sich. Klar, es ist schädlich, aber man hat jetzt pro Kopf, glaube ich, hat das irgendjemand mal gesagt, es gibt keine richtigen Studien erstmal vorab. Es hat keiner Langzeitstudien aufgestellt zum Thema Shisha. Nur so halt Alibi-Studien, wie jetzt zum Beispiel das 100 Zigarettenrauch, aber in Wirklichkeit maximal drei bis vier Zigaretten, die du in einem Kopf wirklich an Nikotingehalt aufnimmst. Deswegen nimmt sich das nicht viel. Wenn ich jetzt am Tag drei, vier Köpfe rauche, habe ich auch so meine Menge an Nikotin aufgenommen. Die werde ich jetzt am Tag zwei Schachteln aufgeben. Da gibt es auch Menschen. Ja, Tabakersatzprodukte. Zum Beispiel gibt es Paste. Das ist quasi eine Paste, die auch auf Molassebasis fungiert. Wird auch verdampft. Dadurch auch Rauch. Dann gibt es noch Dampfsteine. Das sind auch so kleine Steinchen halt, die Molasse eingelegt sind. Dadurch habt ihr erstmal kein Nikotin an sich, weil die Steine sind halt auch wieder nur der Träger der Molasse. Und man kann diese auch weiterverwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Kopf mit Steinen geraucht habt, könnt ihr diese nach in den Backohren tun oder ähnlichem. Dann könnt ihr die austrocknen und wieder in Molasse einlegen. Es gibt ja extra Molasse zu kaufen. Das sind so kleine Fläschchen. Da gibt es auch alle mit möglichen Geschmackssorten. Adalia, glaube ich, 66 in so einer großen Packung. Da könnt ihr die Steine dann wieder einlegen. Dann gibt es noch Früchte. Teilweise die eingelegt sind in Molasse als Träger. Und dann gibt es sogar, meine ich, auch was direkt aus Fasern von den Früchten ist. Tabak. Also Tabakersatz, der auch in Molasse eingelegt ist und wieder nur der Träger der Molasse ist. Und gerade bei so Ersatzprodukten wie bei Shisha Stein habt ihr noch einen kleinen Vorteil. Und zwar kann euch das nicht passieren, dass euch der Tabak verbrennt in der Shisha. Die Steine sind relativ hitzebeständig. Das einzige was ist natürlich, dass ihr viel schneller die Molasse verdampft. Aber ihr werdet trotzdem bei Ersatzprodukten niemals dieses Raucherlebnis, diese Intensität haben. Dir bei einem richtigen Shisha Tabak, der mit Nikotin natürlich ist. Ne, ich denke mal so, das sollte jetzt schon an Aufklärung reichen. Von unserer kleinen Studie hier. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar, liked ein Abo. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Eure Smokebrothers. Das kreier. Das kreier.